hallo zusammen und willkommen ausgleich gegen stock und es ist eine enge nummer die haben noch vier angriffe mehr sind 200 hinten und wir schauen mal was wir tun können keine miriam sehr interessant und wir müssen schauen wie wir damit klarkommen oder wie die anderen tanks so drauf sind wir spielen noch miriam aber sie steht unter beobachtung wir haben sieben grüne steine jetzt die frage kriegen wir sie zusammen ich sehe eine möglichkeit wie man sie zusammen bekommen dafür müssen wir links die drei erstmal weg spielen dann müssen wir die weg spielen vielleicht habe ich das doch nicht richtig gesehen ich habe es nicht richtig gesehen da fällt nämlich was ineinander was nicht soll probieren es mal so perfekt und die rechte seite ist definitiv der größere hass das steht ohne nicht zur diskussion und außerdem ist sie besser zum großen und das war's mit fabrizio der erste so nummer zwei steven 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 so zack 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 gegen freier spiel mal bera wollen wir unser blau schon weg spielen aber ich glaube wir wollen ja auch bewegung haben das ist nicht einfach es ist echt nicht einfach pengi hat außerdem für zwei runden den debuff müssen sie aber spielen weil wir überleben müssen so so okay das ist okay hoffe ich zumindest dass es okay ist hart wird es trotzdem auch nicht wie ihn blenden zwei minions wir haben nur zwei minions das sieht nicht gut aus brauchen wir jetzt ein kleines wunder wir haben ein kleines wunder noch ein kleines wunder komm schon mehr blau wir haben mehr blau wir haben mehr blau nicht ihn natürlich 68 das war zwei mail als sein leben ich muss das so oder so spielen um die beiden geladen zu bekommen aber es sieht besser aus ich glaube wir schaffen uns eine seite frei wir haben den in der hoffnung dass wir irgendwo was sinnvoll ghosten können vielleicht kommt jetzt hier wenn wir die roten spielen was wir eh müssen weil dort geladen ist vielleicht kommt blau hinterher perfekt man muss auch mit den chancen spielen ja wenn man sie wenn man die chancen nicht spielt dann hat man gar keine chance klingt jetzt komplett dumm dumm aber ja ich hoffe ihr versteht was ich meine man muss die 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 optionen die glücklich sein können sehen und versuchen wahrzunehmen und so kämpft sich das team zu einem sieg sieg so hier ohne minions es ist ein def up ich bin das zack so 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 es ist ein bisschen blau aber nicht so viel wie ich es gerne hätte und gelb gleich gar nicht vielleicht fällt hier blau runter ja riskieren wir eine runde ja zu viel riskiert ok dann blau runter zack 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 sehr schön sehr schön trotzdem hätte ich gern irgendwie schnell blau zusammen für die ariel gucken wo die drachenbombe bleibt sehr gut sehr gut so ich habe keinen buff das heißt es wird nur einer von dem deathdown getroffen ich habe dann noch gelb es stirbt maximal einer ja ja aber der mit gewissheit so machen wir das holen uns den roten runter damit wir die drachenbombe dort rein bekommen dann spielen wir die ins leere und dann haben wir es dann haben wir es ja ja ihr merkt schon ich bin heute ein bisschen wenig energetisch äh so ein fieses Magen-Darm-Dings abbekommen und weiss gar nicht wie fit ich morgen früh wäre ich gehe mal in die Pause weil hier ist aktuell nichts was rumliegt so weiter geht's schnappen wir uns mal den Maximus überlege nur gerade wir haben ja Ausgleich ach erstmal die erstmal die safen Sachen ich werde Xiu nicht beim Ausgleich mitnehmen ich halte sie hier für nicht so bockstark deswegen werde ich es so spielen gibt wohl doch Miriams ein paar noch ok alles in Freya oh ok wenn das so losgeht dann lehnen wir das natürlich nicht ab ähm linke Seite ist irgendwie geiler zum Ghosten definitiv 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 dann zack 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 der nächste dann rot rotes team und was packen wir dazu gegnerinfo müssen wir hier irgendwas glänzen eventuell kurz überlegen ob das der richtige gedanke ist ja denke ich so los geht's das sieht natürlich günstig aus so viel rot gucken ob hier noch was kommt wenn nicht kann man es ja plumpsen lassen zack jetzt haben wir alle am start aber es kann sein dass das sogar reicht wie viel hast du noch ach komm safety first vielleicht fehlt hier gelb hinterher ein bisschen da ist rot auf jeden fall da kriegen wir gelb da nehmen wir nochmal gelb zack dann schieben wir uns den rüber holen uns das ran ja sie sind nicht mehr geblendet aber die kombi bringt maximal einen um wenn überhaupt nicht mal ansatzweise so so dann noch ein ich frag nach dem backup so wieder mal wie so häufig geht der dank an schatzi raus für das schmierig stehen und wir spielen auf jeden fall diese combo jetzt überlege ich was ich noch dazu packe schauen wir uns mal den gegner an vielleicht was zum glänzen vielleicht was zum glänzen eigentlich brauchen wir nichts zum glänzen wir brauchen vielleicht bisschen minion power und heilung kriegen wir sowas hin aha ja der gedanke geht auf jeden fall in eine richtung gar nicht so eindeutig gar nicht so eindeutig brauchen heilung oder annabelle und ein panther buffen die sich ja ne der typ da oder black knight und panther dann ohne heilung los geht's ja ein bisschen gelb gucken ob hier gelb kommt perfekt ist das ein traum so zack zack da wir ghosten wollen mache ich das und jetzt kann ich fast schon abmoderieren in die richtung das war der dritte krieg der vierte krieg in folge mit sechs one shots stehen also bei 24 one shots am stück da hey wieso fällst du nicht um will nicht umfallen noch stehe man nicht bei 24 one oh mein gott oh mein gott das wäre so bitter wenn das jetzt noch in die hose geht oh mein gott das wäre so richtig bitter so richtiger karma moment zack 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 bei 24 one shots am stück das ist schon das ist schon geil ok jetzt schauen wir nochmal in die defensive rein ob wir da schon angegriffen wurden ja hier ein two shot und das war es auch ok sieht ganz gut aus ich bedanke mich fürs zuschauen haut rein bis denn ciao ciao Bis zum nächsten Mal.